Seit der Antike ist der Mensch von Albinotieren fasziniert. Einige Kulturen glauben, dass diese seltenen weißen Tiere heilig sind, andere hingegen halten sie für bösartig. Ob sie nun heilig oder böse sind, kann ich nicht sagen. Aber ich bin sicher, dass du dir dieses Video mit den schönsten Albinotieren nicht entgehen lassen solltest. Nummer 10. Schlange Vielleicht hast du schon einmal eine Albino-Schlange gesehen, aber dieses Exemplar ist noch etwas außergewöhnlicher. Es handelt sich um eine kalifornische Kettennatter, die mit zwei Köpfen geboren wurde. Diese Schlange ist für ihre Tierpfleger manchmal ziemlich schwierig zu handhaben. Der Grund dafür ist, dass die Köpfe der mutierten Schlange sehr unabhängig voneinander sind. Sie denken und essen getrennt. Dies macht es ziemlich schwierig, sie zu füttern, da sie bei den Mahlzeiten nicht immer einer Meinung sind. Es kommt sogar vor, dass sie sich gegenseitig ihre Nahrung stehlen. Um dieses Problem zu lösen, müssen die Tierpfleger die Köpfe durch eine Barriere getrennt halten. Durch die Fütterung von jeweils nur einem Kopf sind beide Schlangenpersönlichkeiten zufrieden, da sie sich einen Magen teilen. Manchmal möchte ein Kopf in eine andere Richtung kriechen, was ebenfalls zu Ärger führt. Nummer 9. Mandarinente Die Mandarinente, die in Japan und China beheimatet ist, gilt als die schönste Ente der Welt. Das Männchen hat ein atemberaubendes Gefieder, welches viele Künstler seit Jahrhunderten inspiriert. Allerdings ist eine ganz weiße Mandarinente etwas sehr Seltsames. Bei Vögeln kommt Albinismus sehr selten vor. Er wird durch eine genetische Mutation verursacht, die einen Mangel an Tyrosinase bewirkt, was bedeutet, dass keine Melanine produziert werden. Diese Vögel sind meist rein weiß, aber in einigen Fällen kann ihr Gefieder gelbe oder orangefarbene Federn aufweisen. Ein echter Albinovogel wird immer rosafarbene Augen haben. Diese Färbung entsteht einzig durch die durchscheinenden Blutgefäße in seiner farblosen Iris. Ihr Sehvermögen ist schlecht, was bedeutet, dass die meisten in freier Wildbahn geborenen Albinovögel kurz nach dem Ausfliegen sterben. Diese schneeweiße Mandarinenente ist demnach kein echter Albinovogel. Exemplare wie diese werden mit einer genetischen Mutation namens Leuzismus geboren. Ihre Federn sind fast vollständig weiß, Füße, Schnabel und Augen hingegen farbig. Kein echter Albino, aber dennoch ein faszinierendes Wunder der Natur. Angesichts ihrer einzigartigen Gestalt ist es verständlich, dass weiße Pfauen hoch geschätzt werden. Historisch gesehen waren sie ein Symbol für Reinheit, Ewigkeit und bedingungslose Liebe. Es stellt sich jedoch immer noch die Frage nach ihrer ungewöhnlichen Farbe. Werfen wir einen genaueren Blick auf den angeblichen Albinovogel. Was die meisten für einen Albino-Pfau halten, ist technisch gesehen ein weißer Pfau, der eine genetische Variante des blauen Pfaus ist. Es gibt zwei Faktoren, die die Farben der Federn eines Vogels bestimmen. Das Pigment und die Struktur. Nehmen wir zum Beispiel einen grünen Papagei. Seine grüne Farbe ist tatsächlich das Ergebnis von gelben Pigmenten über blau reflektierenden Federn. Gelb und blau machen grün. Im Falle eines weißen Pfaus ist seine ungewöhnliche Farblosigkeit einfach das Ergebnis fehlender Pigmente. Ein Pigment ist dunkel und absorbiert einfallendes Licht, wodurch gebeugtes und sich überlagerndes Licht sichtbar wird, wie es bei gewöhnlichen Pfauen zu sehen ist. Besitzt der Pfau keine Pigmente, gibt es auch keine zu reflektierende Farbe. Einige Pfauen haben partiellen Leuzismus, wodurch sie teilweise weiß und teilweise farbig sind. Nummer 7. Biber Als Albino-Tier in freier Wildbahn geboren zu werden, ist nicht nur ungewöhnlich, sondern auch ziemlich traurig. Die weiße Färbung zieht unerwünschte Aufmerksamkeit auf sich und macht das Tier in seinem natürlichen Lebensraum anfällig. Bei Albino-Bibern ist das Problem leider das gleiche. Von Geburt an werden sie aus dem Wurf der Mutter ausgeschlossen, da ihre Farbe Fressfeinde anzieht. Die Chancen, dass ein solcher Biber das Erwachsenenalter erreicht, sind sehr gering. Es ist also ein Wunder, einen in freier Wildbahn zu entdecken. Paul Mikolas begegnete einem solchen Biber bei seinem Haus in Beaverdam in den USA. Laut Mikolas war das Tier schneeweiß und riesig. Mikolas hatte in seinem Leben schon viele Biber gesehen, aber dieser versetzte ihn in Erstaunen. Im Gegensatz zu den meisten Bibern war dieser außerdem sehr zutraulich. Er schwamm direkt auf ihn zu und glücklicherweise konnte Mikolas einige Bilder von der einzigartigen Begegnung machen. Nummer 6. Kolibri Ein leuchtender, kleiner Vogel, der mich schon immer faszinierte, ist der Kolibri. Das anmutige und wunderschöne Tier steht mit seinen schillernden Farben ganz oben auf der Liste der farbenprächtigsten Vögel im Tierreich. Auf der anderen Seite des Farbspektrums steht der echte Albino-Kolibri. Sein weißes Federkleid verleiht dem Vogel eine ganz eigene Schönheit und macht ihn außerdem zu einer ausgesprochenen Seltenheit. Aufgrund der weißen Farbe ist auch er in seiner natürlichen Umgebung leicht zu erkennen, was ihn leider anfällig für Wilderer und Raubtiere macht. Obwohl der Albino-Kolibri im Vergleich zu seinen vollfarbigen Gegenstücken tatsächlich die schwächere Art ist, wird er von Wilderern als sehr wertvoll erachtet. Nummer 5. Pinguine Pinguine gehören zu den liebenswertesten Vogelarten der Welt. Ihre unbeholfenden Bewegungen, ihre Smoking-ähnlich gefederten Mäntel und die allgemein niedliche Gestalt machen sie so bezaubernd. Stell dir also vor, wie groß die Freude war, als 2019 in einem Zoo in Polen ein Albino-Pinguin geboren wurde. Das Pinguinküken ist ganz weiß mit rosa Augen und hat keinerlei schwarze Färbung. In freier Wildbahn wäre das Küken sofort von seiner Familie verstoßen worden. Und aufgrund seiner auffallend weißen Farbe wäre es dann schnell Raubtieren zum Opfer gefallen. Im Danziger Zoo bleibt der Kleine vorsichtshalber mit seinen Eltern und zwei anderen netten Pinguinen in einem Gehege. Die Tierpfleger befürchten, dass das Albino-Küken von den anderen Pinguinen abgewiesen oder sogar verletzt werden könnte. Wie jedes Albino-Tier braucht dieses schneeweiße Pinguinbaby besondere Pflege, da es anfälliger für Krankheiten ist. Nummer 4. Marienkäfer Hast du dich jemals gefragt, wie ein Albino-Marienkäfer aussehen würde? Wer auf dieses schöne weiße Exemplar mit schwarzen Punkten stößt, könnte denken, einen solchen entdeckt zu haben. Die Wahrheit ist jedoch, dass es sich wahrscheinlich um eine der folgenden drei Arten von Marienkäfern handelt. Der 15-Spotted Lady Beetle, dieser ist weiß mit 15 schwarzen Flecken. Dann gibt es da noch den Ashy-Grey Lady Beetle, der in verschiedenen Varianten vorkommt, darunter eine schwarze Version. Und zuletzt der seltene 20-Spotted Psyllobora virgintimaculata. Tut mir leid, es gibt keinen einfacheren Namen für diesen Käfer. Wenn sich ein rot-schwarzer Marienkäfer auf dir niederlässt, kannst du dir etwas wünschen, so sagt man. Das gleiche gilt für weiße Marienkäfer. Solltest du also jemals wieder einen finden, vergiss nicht, dir etwas zu wünschen. Nummer 3. Känguru Albino-Kängurus sind in freier Wildbahn sehr selten, da sie ein leichtes Opfer für Wildhunde und Füchse sind. Laut Experten ist ihr auffälliges weißes Fell nicht das einzige Problem. Sie haben auch genetische Hör- und Sehprobleme, die es erschweren, einem Raubtier zu entkommen. Aufgrund ihrer hellen Haut sind die Tiere außerdem anfällig für Sonnenbrände. Gelegentlich wird jedoch ein Albino-Känguru in freier Wildbahn gesichtet. Dieses wunderschöne Geschöpf wurde zum Beispiel im Namadgi-Nationalpark in der Nähe von Canberra in Australien gesehen. Das schneeweiße Beuteltier ist ein östliches graues Känguru, wahrscheinlich weiblich und etwa zwei Jahre alt. Die Ranger, die das Tier entdeckten, waren überrascht, da Albino-Kängurus in freier Wildbahn fast nie das Erwachsenenalter erreichen. Dieses Känguru hebt sich wirklich von der Masse ab, um es gelinde auszudrücken. Trotzdem schien es innerhalb der Gruppe akzeptiert zu sein. Die Natur macht also auch Ausnahmen. Das ist Snowflake, der einzige westliche Flachland-Gorilla mit schneeweißem Fell. Er lebte von 1966 bis 2003 im Zoo von Barcelona, Spanien. Aufgrund des Mangels an Pigmenten litt der Gorilla an Hautkrebs. Seit seinem Tod untersuchen Forscher sein gefrorenes Blut, um herauszufinden, wie Snowflake zum einzigen seiner Art wurde. Sie fanden bald heraus, dass seine Eltern teilweise ähnliche DNA hatten, was bedeutete, dass sie verwandt waren. Tatsächlich vermuteten die Forscher, dass es sich um einen Onkel und eine Nichte handelte. Sie fanden auch heraus, dass beide Elternteile das als SCL45A2 bekannte Gen besaßen, welches zuvor bei Albino-Mäusen, Pferden und Hühnern beschrieben worden war. Sowohl das mutierte Gen als auch die Inzucht sind bei diesen Gorillas sehr selten. Man kann mit Sicherheit sagen, dass es in absehbarer Zeit keinen zweiten Snowflake geben wird. Nummer 1 Alligator Wie die meisten Tiere in diesem Video können Albino-Alligatoren kein Melanin produzieren. Aufgrund dieses Gendefekts erscheint ihre Haut gelblich-weiß und ihre Augen sehen aufgrund der Blutgefäße, die durch die farblose Iris verlaufen, rosa aus. Ein Mythos sagt, es bringe Glück, einem Albino-Alligator in die Augen zu schauen. Albino-Alligatoren werden meist in Zoos und Parks gehalten. Für die meisten mögen sie faszinierend aussehen, aber diese sogenannte Schönheit hat Nachteile. In der Natur dient die grüne oder braune Hautfarbe eines Alligators hauptsächlich dazu, sich vor Feinden zu tarnen, aber auch unentdeckt jagen zu können. Wenn ein Alligator jedoch mit Albinismus geboren wird, macht dies sein Leben in der Wildnis ziemlich schwierig. Die meisten Albino-Alligatoren überleben nicht in freier Wildbahn. Welches dieser Tiere war dein Favorit? Teile deine Gedanken in den Kommentaren. Danke fürs Zuschauen und bis morgen!